ARD Text im Auftrag von Funk Nein, hier ist schon einer! Mach ihn weg! Ich schlag ihn, aber ich treff ihn nicht! Komm! Nein, schlag nicht! Warte, ich muss entfernen! Ja, jetzt! Er hat Hit bekommen! Nein! Wo ist er? In die Ecke mit ihm! Ich seh nichts! Der Naikam ist so scheiße in dem Spiel! Jetzt! Komm! Was? Oh, jetzt leck ich! Au! Au! Ja, er hat den Hit bekommen! Nein! Aber haut ab! Oh, ich hab ne Shotgun! Aaaaaah! Bist du... Aaaaaah! Warte! Warte! Die kommt zu dir, die kommt zu dir! Komm, der da wird schrotzeln! Aaaaaaaaaa! Alter, wie wir ihn nicht totgekriegt haben. Alter, so behindert, weißt du? Ich leck da so über... Ja, Alter! Ich find's einfach nur lustig über Shift zu drücken. Wow, 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 wow. Da läuft einer. Okay, wo? LOL! Da! Oh mein Gott, was machst du denn? Heizmauer, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja, ich fahr direkt auf ihn zu... Nein, ich fahr ihn um! Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Kannst du... Kannst du bitte... Einer ist noch nördlich. Einer ist tot hier, kannst du bitte kommen? Hab ihn, hab ihn, hab zwei. Kannst du bitte... Kannst... Kannst du... Bitte auf... Mir bitte helfen? Es tut mir... Es tut mir... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Mann, ich hab wegen dir damage gekriegt, ey. Ich geh weg jetzt schon wieder, Alter. Ja, ich geb den Energy Drink. Ich dropp den Energy Drink. Ich bin... Ich bin ja kein schlechter Mensch. Hier. Nimm meinen Energy Drink, ich hab ihn dir gedroppt. Jetzt wird auch mein... Da kommt was eingefahren. Da sind die beiden Buggys. Da ist der Jeep. Ja, da sind die beiden Buggys auch hier. Fahr einfach durch, die sind hier alle. Oh, oh, oh! Fuck you bitch! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Wow! Wow! Ich hab mich jetzt schon kassiert. Den ausgenockt? Den einen hab ich auch ausgenockt. Ja, ich bin tot. LOL! Wow, von woanders. Von wo? Keine Ahnung, von hinten. Von rechts. Osten, ja. Von wo? Warum prallen die alle ab? Das wurde bei mir nicht angezeigt. Hi, how are you? Die hole ich mir, die beiden Säcke. Ey, das war eine Arcana-Tür. Hi! Hi! Oh, ne. Ich weiß nicht, dass du da bist. Ah! 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 Oh, First Person ist richtig fresh. Oh, das ist ja richtig idyllisch. Oh, der Hinterkopf. So schön durch die Felder fahren. Oh! Oh, nein! Oh, nein! Ich bin so fest. Ich war noch immer entgegen. Ähm. Nein. Tue ich nicht. Und, äh. Und, äh. Das war eins. Ein, ähm. Ein, ähm. Ein, ähm. Ein, ähm. Ein Hindernis, was ich nicht, äh, hervorgesehen habe. Ich bin ausgenockt, den einen, aber ich wurde auch ausgenockt. Der ist da beim Stein. Die sind da beide. Ja. Ja. Der versucht, mich aufzufinden. Ist es down? Ja. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich komm, ich komm schon. Oh, ich kann dir nicht helfen. So. Hör auf dich zu bewegen. Hör auf dich zu bewegen. Hör auf dich zu bewegen, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Mann, du sollst dich auch mal zu bewegen, ich will dir helfen. Puh. Boah. Das hat schnell eskaliert. Ich meine, das ist wirklich schnell aus der Hand. Ich bin fast. Junge, du kannst mir nicht helfen, wenn auf uns geschossen wird. Natürlich. Ja, aber dann werden wir beide abgeschossen. Na und, na und. Trotzdem, du wärst so oder so verreckt. Hinter diesen Scheißstein hättest du dich mal kommen können. Mann, fick dich. Jetzt musst du ja... Jetzt musst du ja alleine cruisen. Fick dich. Mann. Oh, ey. Ne. Aufsache sagen sie, ich sei schämf. Ey, wir haben auf uns geschossen gehört. Oh, Dutchia. Dutchia Verfolgungsjagd. Ja, das ist so, ne? Guck mal, er ist auch alleine. Ich ram ihn einfach nur jetzt. Was ist das, Alter? Oh, was? Oh, ist das geil. Oh. Oh. Oh, ist das geil. Oh. Oh. Oh, Gott. Oh. Oh. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, einfach ein Like und ein Abo da lassen, ne? Okay, das war eigentlich schon alles. Ciao. Oh, lo